Leider. Ah, nicht schlecht dein Laden, Mann. Aus dem Schuppen kannst du was machen, du Splasher. Ah, komm mal, ein bisschen Wind auf Live. Ah, mach mal ein bisschen Leide. Mach mal so ein bisschen Leide auf Live. Nicht schlecht dein Schuppen, Mann. Lass dich aber gerne, du Splasher. Oh, du kleiner Splisa. Ich hab jetzt richtig Bock. Ah, du hast richtig Bock, hä? Auf was? Auf eine schöne Kuss auf Live-Zigarte. Hab ich doch getrost hier. Take it. Also, ich sende mir das so front. Du lädst die Weiber ein, hier so eine geile Tänzerin. Die machen hier eine geile Strip-Show. So, stell ich mir das vor. Und dann können die Männer, können sich eine aussuchen und ein schönes Face-Splashen. Scheißegal. Direkt in der Halle wird gesplasht. Scheißegal. So, stell ich mir das vor. Du hast ganz schön Fantasy. Erzähl mal deine Story. Du hast doch was vor. Ich seh's ja. Oh, genau. Du hast es schon gesehen, hä? Erzähl's mir doch. Ich war neulich on the coast of life in Kiel. Da war eine kleine Nudde und ich sagte, siehe alles normal, Megan. Und sie sagte, hä? Und ich nur. Ich muss immer was questionern. Ich muss immer kurz was questionern. Und bitte make your mouth open. Oh, hier ist ein schönes Face-Splashen.